oh nein starcraft 1 oder ich gar nicht gesehen alles gute zum 10 geburtstag liebes bonjour team ein thema vielleicht noch in eigener sache das 26 dezember 2017 wenn ich in sehr billions 320 prozent schaffe er mir alles von einem schwanz am tag darauf am 16 dezember 2017 postete ich ihm den bereich und wir vereinbarten dass er die wettschulden von matteo mit kondom 2023 war sehr oft in hamburg habe mich angeboten heute hat niemand vor allem matteo kein eis von links gegessen ich möchte weiterhin meine bereitschaft an dieser stelle klarstellen so war sie bescheiden das ist noch eine schöne geburtstagsfeier